Hi Leute und willkommen zurück zu Age of Empires 2. Wir sind dabei, Geheimnis hier zu vertreiben. Los kommt. So. Nice. Okay. Bisher sieht es ziemlich gut aus für uns. Wir haben noch kaum welche verloren, dank den Mönchen. Wir können so eigentlich auch direkt weitermachen. Okay. Hab das? Danke. Wir müssen uns um die Verwärter. Ich hoffe, dass wir uns um die Verwärter. Ich habe mich. Ich bin der Verwärter. Ich bin der Verwärter. das war so nicht geplant ich habe einen verloren oder? na egal wir schaffen es perfekt kampfbereit, ja ich versuche es ach so maximale auslastung muss aber das machen du kannst Nahrung sammeln, du kannst reparieren jetzt noch erst mal unsere schöne stadt da wir wieder zwei sind ach komm lass das einfach so du machst nichts kannst reparieren reparierst wow ok so lass mal ein kleines dörfchen reparieren warum hast du da hier reparier das erstmal so repariert repariert ist das da reparieren ist auch fertig da rüber da hin dörfchen ist da ach so ne hat sie schon da hin ähm was kannst du nochmal bauen wir haben das, wir haben das könnten eine Burg brauchen gehen wir leider nicht leisten so die haben ein du kannst du kannst das reparieren du bist auch fertig ihr kriegt jetzt das da wo ist das da hin da hin du bist auch so jetzt mach mir das so so hier seid doch ein reiches volk und bekannt dafür dass ihr immer fähige soldaten sucht wir stehen euch zur verfügung wenn ihr zahlen könnt verstehen sie kein problem zahlen können wir das sind wir gewohnt wir werden immer angebett so 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 das haben wir so das haben wir auch sieht es jetzt mit Gold aus hier so da hin ähm Felder nicht genug Holz oh ok dann ich geh erstmal da hin oh die alle schon dabei ich mach die alle erstmal Holz hier zack äh ich geh mal fischen was das nochmal machen du baust hier mal ein bisschen haha auch nichts an ach komm schon na toll geil ähm du kannst da hoch gehen so noch einmal nichts tut dann kannst du mit Gold anfassen du machst das da du bist fertig kannst hier auch mal genau genau das was du sagst hm dann bauen wir hier unten nochmal Holzferlager auf ne du bist auch hier runter da hin da ran du sollst Gold abfarben du kannst dir mal helfen da oben du kriegst ein Feld so die Mühle hier ist eingestellt geforscht das nehmen wir nochmal mit und die beiden Forschung phew gut jetzt brennt unsere Stadt schon mal nicht mehr die Dorfwohner haben was zu tun wo soll die Rufwohner glaubt dass ihr ohne unsere Landbögen zurecht kommt nun die Armaniaks werden sie zu schätzen wissen wir sehen uns auf dem Schiff oh nein wie soll ich denn bezahlen wenn ich noch nichts hab toll toll ach ne das ist natürlich doof gelaufen jetzt mh noch eine weniger und dafür das ah schade schade was wollte er denn haben ich hab gar nicht drauf gehabt der Nöf war amanax erobert what ok dann holen wir uns noch die Jörferl wieder zurück nicht so schlimm so irgendwo war noch dann brennt es raus ach die sind doch dumm die d nein ach komm ey geh doch da mal hin meine Männer haben ihre glänzenden Rüstungen lange genug bewundert die burkundischen Emporkömmlinge müssen vernichtet werden Äh, ich verliere die ganze Zeit meine Leute. Letzend. Okay, jetzt müssen wir uns doch mehr verteidigen als geplant. So, machen wir das nochmal. Oh, hier ist noch ein Turm. Dann Turm. So, hier unten kann man theoretisch... Auch nochmal ein paar. So, ich hoffe, der nimmt uns jetzt nicht so hart dran. Sonst haben wir ein Problem. Ah, toll. Ich hätte ihn direkt kaufen sollen an den Typen. Ich weiß nicht, ob ich das Gold dazu hatte, gleich zu Anfang. Das klang erstmal nicht so und deswegen habe ich auch erstmal nichts gemacht. Das Geräusch ist kein Donner. Es sind Soldaten, die herbeimarschieren, um euch zu vernichten. Ich bin Herzog d'Alensohn. Merkt euch diesen Namen, Johan. Ich komme, Bro. Okay. Und wo kommen die denn? Ich weiß nicht, dass ich das wüsste. Ich habe leider keine Burg. Leider keine Burg. Wir haben noch Gold zur Not. Zumindest ein bisschen haben wir was. Bevor es zu spät ist? Was ist denn zu spät? Ich muss selber erstmal hier klarkommen. Mit unserem ganzen Kram. Ach, da ist noch ein Haus. Oh Mann. Hier. Noch ein, der repariert. Holz haben wir. Nahrung fehlt uns immer noch. Noch mehr. Einfach mehr. Weil die immer von hier oben kommen, müssten wir eigentlich hier eine Burg hinstellen. So, Mensch, haben wir auf jeden Fall genug. Können wir noch eine Zeit weiter? Ja, theoretisch schon. So, drücken wir jetzt das und post. Nochmal das. Oh, shit. Jetzt kommt die Sonne noch von rechts. Hallo, Angriff. Ach, nö. Na los, komm. Zerstört ihn. Jawohl. Puh, okay. Das war das. Jetzt brauche ich nur noch mal wieder nach. Hier, meine Vater, gibt ihre Taten. Und euch, eurer Strafe für diese ruchlose Taten zogen. Doch meine Zeit ist gekommen. Ich werde meine süße Rache nehmen. Ah, shit. Wir kriegen ein Problem. So, Reiter verbessern. Schwertkämpfe verbessern. Eigentlich alles verbessern. So. Ich kriege noch ein paar Dorfbewohner. Nicht? Ist schlecht. So, dann. So, dann muss ich auch noch mal Nahrung sammeln. So, und ich brauche theoretisch in den Türen noch ein paar Heines. So, ein weniger. Okay, das ist schon mal wieder repariert. Dann kannst du da oben helfen. So, jetzt hoffe ich, dass nichts mehr brennt. Aber ich denke, es passt so. So, dann nehmen wir das noch mal mit. Für schnelleres Holz. Oh, und jetzt? Ah, toll. Hier, Eingriff. So. So. Wo sollt ihr? Eingriff. Alright, es kommt da oben da, ne? so rein da zurück in die arbeit wo lassen die blöden männer du baust was brauchst du denn hier wollen und fällt an so weg mit euch ich bloß bezahlt hätte ich jetzt weniger stress nein zurück nicht mehr als ein hinterhältiger märder der zu lange seinem gerechten urteil entgangen ist Aber ich werde diesen Fehler berichtigen, Johann. Okay. Wir müssen uns einfach übelst hassen. So, hier müsst ihr irgendwie eine Burg hören. Ich kann mir leider keine Burg leisten. Das ist das Hauptproblem. Äh, warum geht ihr nicht da hin? Wie soll ich denn angreifen, muss ich gleich sein und verteidigen? Aktuell gar nicht möglich. Was? Wie soll ich das denn ändern? So, ich brauche... Ah. So, und du? Kommst mal kurz her. Du brauchst... ...das hier. Wie sieht das mit dem... ...mit dem, mit dem... Ah, wo ist das denn? Das ist meine Schmiede. Da ist eine. Okay, haben wir. Ach, komm. Nicht sterben, nicht sterben. Puh, das war knapp. Da muss eine Burg hin. Genau hier so. Leider habe ich keine Steine. Okay, gut. Das und das. Eigentlich wäre es umgekehrt sogar noch besser, aber egal. So, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Die haben wir alle. Das brauchen wir nicht. Ich brauche eine Burg. Wie kriege ich denn Steine? Wo habe ich Steine? Ich habe keine Steine. Jedenfalls sehe ich gerade keine. Mist. Ich muss mir Steine kaufen. Ähm, da oben. Einkaufen. So, kannst du eine Burg bauen? Nein, das reicht noch nicht. Ah, ärgerlich. Ähm, dann... Wir reparieren mal das. Ach, komm. Hier Angriff. So, ihr seid jetzt die neue Gruppe 1. So, und ihr seid Gruppe 2. So, du hast nichts zu tun. Dann doppierst du. Glaub ich eigentlich, dass sie mich einfach so angreifen dürfen. So, hier auch nochmal. Ein paar Leute rein. Das noch forschen. Drei, die nichts machen. Ich brauche Steine. Ich brauche unbedingt Steine. So, hier nochmal Holz. Er hat noch nichts zu tun. Sieh. Alles klar. So, und in den Tun kommt auch schon mal wer euch rein. Fünf. Barsch. Das passt. Da sind dann fünf Renner. So, Angriff. So, dann kannst du den Turm nochmal reparieren. Und sie baut... Woran verschliegt denn? Achso, wegen der Reparatur. Hab ich grad gewundert. Wo wollt ihr hin? Den da verfolgen? Ja, den auch. Ich brauche Steine. Immer noch. Einkaufen. So. Okay. Dann brauchst du jetzt ne fette Burg hier oben hin. Geil wie das aussieht. Hab ich aber den größten Einfall schon mal hier abgefangen. Gerade von hier und irgendwie von da so vielleicht. So, hier Angriff. Oh, shit. Oh, shit. Ah, kann ich mal hier hin. Oh, shit. Ah, shit. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Ach. Du brauchst du schneller? Bitte. Danke. So, jetzt habe ich hier welche drinnen. Fünf. Und da habe ich auch noch welche drinnen. Leider kann ich mich von unten her nicht wirklich wehren. Ist aber nicht so schlimm. So, Türme mal verbessern. Mauern. Mauern habe ich zwar nicht, aktuell. So, die Burg steht bald. So, dann sollte ich erstmal safe sein. Wieso schießt ihr jetzt nicht nach unten? Die Forschung ist doch durch. Verstehe ich nicht. Ah, wow. Die Schäden schon wieder. So, du. Erstmal nach da oben. Ah, sehr gut. So. Jetzt sind wir erstmal wieder sicherer hier. Perfekt. Nee, sollst du jetzt kein Kreuz haben? Wobei, doch. Mach das doch mal weg. Aha. Wieso können die angreifen, obwohl ich die Forschung habe, dass sie auch nach unten schießen sollten. Das verstehe ich nicht. Wozu forsche ich das denn? Wenn das nicht funktioniert. Ist das halt noch was? Jetzt kommt es mich ganz schön los. Ich hoffe, das weiß er. So. Was zu tun. Und das Schiffchen hat auch noch zu tun. Was wird das denn jetzt? Okay. So. Aber ich lasse mich mal da. Du kannst es mal hier reparieren. Was haben wir hier? Wo haben wir denn alle Nahrung? Oh. Und Gold. Ja. Ich würde es lieber einen Stein haben. Ach, auf einmal. Wir könnten uns vorstellen, für eine kleine Menge Gold die Seiten zu wechseln. Das ist unser letztes Angebot. Nehmen wir an. So. Wo sind sie denn? Englische Söldner. Was wollen wir denn haben? 500 an Rot. Okay. 500 an Rot. Stötting. Ah, schön. Wir sehen die ganze Karte. Und die sind jetzt für uns. Ah, sehr nice. Sehr, sehr nice. Ah. Diesmal. Verteidigt er sich. Gut. So. Dann machen wir aber erstmal hier Schluss heute. Sieht soweit ganz gut aus. Wir müssen uns immer noch weiter verteidigen. Aber jetzt hat er uns noch eine Chance gegeben. Ja. Okay. Das hier müssen wir noch tauschen, dass wir die Dörfer besetzen. Können wir denn handeln mit denen? Natürlich nicht. Schade. Aber die werden echt nervig, dass sie mich jetzt noch angegriffen haben. Okay, gut. Wir werden hier und bis zum nächsten Mal. Ciao.